1 das Boot war Mobbs was? im Boot war Mobbs im Boot war Mobb zwei Mops forbidden oh Sandro wieder, ich hab kein Wort verstanden ich weiß nicht was mit dem Mikrofon Maas oder mit dem Headset also du musst nimmst ich weiß ja auch nicht. Ich geh morgen in die Stadt und kauf der Neues nee weil ich am Anfang hab ich da halt ganz leicht gerade geredet ja man hört es sowieso so undeutlich alles so voll, keine Ahnung 100 Euro müsste es schon mindestens kosten was? sag doch ein bisschen mehr ist es besser nur lauter naja es geht ja weil viel anders kann ich jetzt nix machen äh Chris machen wir also jetzt ohne so zwischendurchgang da da kommt noch nur ich weiß ja nicht wo sieh erst mal so wir können ja dann doch immer ein Loch da machen ja ja ähm weißt du was denn was ist da jetzt lass ich einfach mal so ein kleinen Kürbis da rein ah ne ich hab keine Kürbissamen mit leider aber auch diesen ähm komischen der ist doch gut äh 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 und ich eigentlich so komischen Hebel zum Kürbis es wird das erste Volk da was hat man will ich mit seinem Mann schöne Figur da hat man es nicht da hat das sie das mal lassen können immer nur weil ich das einmal nach geht also einmal gebaut habe das Sammels recht nach wenn ich auch nicht immer wenn ich nicht dabei bin und welche Sachen so richtig und der Tross aufgabe hat halt das also noch so eine ätzende Figur gebaut dann muss ich sie halt schmücken nach acht ja auch direkt am Eingang von das nicht in den Markt verdammt und gehen wird wieder mit so einem Schild hier es war gewiss wieder Malwind nachher im Film sehen auch wir dachten dass wer Bartow wo es denn nachher am Prozene war aber das äh steht jetzt er ist in Ordnung sehr nur Spaß aber nach als Spaß ich war was was Spaß jetzt hör doch mal bitte auf das kann doch wohl nicht wahr sein hey man lass uns schnell oh na ach ich hätte hier schon eine richtig geile Idee für die sag's aber nicht lass uns jetzt erstmal bitte eins wir haben das Boot jetzt wir haben unser Haus wir haben ein Neta was Sandro es hackt was hat er gemacht er baut schon wieder so eine doofe Vogelscheuche Sandro jetzt lass es doch einfach mal das ist Kinderkram ich baue doch ich baue einer mein Zimmer dann rein warte mal aber ohne Hebel ich hab' nichts verstanden äh ich auch nicht ich baue in mein Zimmer ein rein ohne Hebel ich mach' eh ein Hebel dran und ein Schild er hat er muss das nicht mit irgendwie näher ran haben dann kann ich aber nicht spielen soo mach' keine Babys Attacke naja aber nix nein dann versteht man mich nicht super sie haben's geschafft deine Schäfchen äh äh ist jetzt besser ja jetzt ist es richtig gut uh 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 ich mach' keine Schleifel wo du singen äh ich sing noch nicht nein es ist aber wirklich unfair dass man nicht sehen kann wenn Akte eingeführt wird dann kannst du dafür verklagt werden ja ich weiß ja ich weiß Ups Ups der Verständnis schneiden wir es ja auch aus nö jetzt zu spät nee es los mit na toll Akta wird sowieso bald eingeführt also ff es regnet um 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 eh schlagen nicht doch runter von Boot das ist auch nicht für kleine Kinder freigegeben oh Euro erst ab 13 ist das Problem und geht in Doppel halten und da sagt er auch eine Gruppe weil die Kurs bist du Prozent 1 Prozent 78 durch 1 70 bei uns ist so groß wie das wir müssen so groß wie das nicht 1 70 da ich weiß es nicht 8 1 8 2 1 1 8 0 ja klar nein ich bin ich ein 8 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 9 9 8 9 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 10 10 10 11 11 10 100 11 22 11 12 11 12 11 11 12 12 12 12 12 13 12 23 13 14 14 15 15 Schwein also am besten erst die Tiere fortfahren was wir also jetzt die Schweine und die Hähnchen die Hähnchen das wird alt die Hähnchen bis 8 lebt es so weit gibt sie denn das Hähnchen ist ganz neu ist er hat nur ein Bild immerhin nur ein Schafen ach da möchte ich den Kuchen und außerdem die Hühner müssen wir nicht